Ja, wie verbleiben wir jetzt mit der anderen Moderation? Ja. Oder soll ich mal machen wieder? So dieses... Ach so, Jürgen, gehen wir eigentlich Toplan? Oder? Jo. Dirk, herzlich willkommen zu Toplan! Alter, dein Schnauz einfach. Warum mit Paul? Berg, 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 zügle dich mit deinen Ausdrücken. Genau, das verletzt mich zutiefst. Hallo, das ist der Konto-Unwinter-Gameplays. Mit Paul und Julian und Berg und mir. Ja. Heute... Ohne Musik. Alter, aber ohne Musik. Das ist immer nicht so musikalisch. Oh ja. Ja. 30 Sekunden bis zum Erschein in der Versanung. Berg, wo bist du? Oh mein Gott. Warum bist du nicht hier? Ist ja lustig, hätten die einen Jungler. Haha. Der Jungle ist OP. Na lol, die tilten sich gegenseitig. Nice! Äh, lol? Nein, Paul. Was geht bei ihm? Ah, ihr Frommen. Germany. Ich hab dir das mal nicht gemütet. Lol, der äh... Deutscher! Paul. Teammate ist auch deutsch. He. What the fuck, alter. Mal nach wie mit dem Game TS. Was ist bei denen? Kannst ja gerne machen, die werden. Du weißt nicht, der mit unserem Mitlainer redet. TS. Ich weiß niemand, wer mit niemandem redet, oder ich die alle gestoppte. Hehehehe. Außer natürlich, die richtig krassen Primates, ja. Ja. Die können halt einfach nix machen. Weil wir einfach verhandcapt mussten. Wir sind ja Mod4All. Äh, Ash gegen Satz. Das wird even. Das wird so even. Das wird so even. Das wird so even. Even, easy. Äh, even. Oh, shit. Ja, BotLain wird auf jeden Fall schon rasiert. Der eine muss schon mal back, eventuell. Wenn der back geht. Ja, bei. Also. Auf Level. Das wird. Das wird. So nerven auf Level. Zwei. Wenn die uns übelst nerven. Guck mal, die haben bis jetzt einen. Wir sind AP vor allem ja noch, wa? Ja, aber die haben einen schon. Ihr seid AP. Oh. Ich hab ja gesagt, wir sind AP. Okay, zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist mir in den Tower Range. Da bin ich ran. Yo, Digga. Gönn dir. Gönn dir. Als ob der Auto tag gecancelt wurde. Oh mein Gott. Ich will den auch nicht haben. Lasted McCornyx. Ja. Ich will den eigentlich auch schon haben. Oh ja, hier ist er. Hier ist er. Safe. Safe. Und ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es hat bei mir richtig krass kurz geleckt. Deine passive. Oh mein Gott. Nein. No way. Kappa. One direct. Von den Premade Zeddy Boys. Von den Premade Zeddy Boys. Vorhin haben wir Ice gepickt, weil Winter ist. Wir hätten auch Zed picken können. Wegen dem Format haben, als wir haben Ice gepickt. He. Gott. Eine E geht in die Midlane. Oh mein Gott. Ich bin lieber oben auf. Ich hab... Ich bin raus mit den Lastsitzenden im Spiel. Ja, ich hab's gar nicht erst versucht. Der Gegensatz gelichtern schon mal meine W hoch. Letztes Gerne hab ich an meine E hoch geskillt. Nein, du kannst das jetzt. Kräte 3. Alter. Äh. Wenn man so am Rand des Guildshots noch so lang leidet, das ist zumindest so ein richtig komisches Gefühl. Oh, hier ist irgendwas in meinem Maus-Pad, okay... Dankeschön! Oh, wer hat mich geredet? Ja, es ist erstaunlich, dass ihr Botlaner nicht gestorben seid und wir sind einfach zur Blenden gestorben Jawohl! Ja, wir haben geredet und du hast mir geholfen Ja, jetzt ist es zu mir, kann man schon übelst ein Lack Ich bin hart am Abkacken, wohl, gibt's komisch Okay, gegen ADS Ich wäre so oder so gestorben, aber... Ja, wir sind ja auch APS, aber da können wir uns jetzt nicht hinterher stecken Wir poken sie down Solange sie keine Ulti haben, müssen wir dann jetzt nicht so viel Angst haben, außer sie flashen uns an Ja, was gibt es denn? Du hast den Auto-Tag-Cancel gesehen, während das Geschoss schon auftraf, ist noch gecancelt Ist war ein bisschen schwul Vor allem, wie sie einfach öfters Backgehen entzüren, ne? Das ist echt krass Ja Ja Das ist einfach mal, was ich jetzt weg Ich weiß, mein Tod Zwei Zwei Bam Teilen wir uns hin, farbenbrüderlich Jungs, wir reißen das! Alter, ich steppe ja in keine Minion Du zusätzlicher ADS Hat der gerade jemand geultet? Ja, unser Mitbänner Loll Ist der getroffen? Ja Stark, macht ihn! Jawoll, mit der Ansage, ich hab's nicht mehr gesehen Ach Ich soll vielleicht nicht so nah herankommen Sehr, 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 sehr gut, Jungs Sehr, sehr, sehr gut Ist ein sehr, sehr gutes Gameplay, aber wir haben ja Hä, Mitte ist voll dominant Wir nehmen das wieder live am Sonntagabend auf Und deswegen müssen wir dieses Spiel jetzt aufnehmen Also was heißt, müssen wir nehmen dieses Spiel auf? Dann lade ich das Schön am Sonntagabend Oh, Leute, das hat noch ein Blitzschlag Da-Dunner Oh mein Gott Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit He will be ripped Wenn Thunderlords auf Minions proggen würde, würde das glaube ich keiner mehr mitnehmen Hm Aber warum auch Alles andere proggs ja auch nicht auf Minions Also alle Schlüsselmeister Ey, die Abbringzeit von Thunderlords Wärte ja dann einfach Geschwimmer sein Er hat ihn halt gemacht Ohne das Hello Das hätte ich gern gesehen, weil er wollte ja geultet grad von Z Nice one Toplane läuft Alter, die sind... Also Toplane ist eigentlich auch relativ schlecht Wir waren halt einmal übelst dumm Als ob ich vorhin keinen SSG gekriegt habe Okay, gut, es läuft Jürgen, hast du eh ready? Oh Gott, ich hab zumindest ein ziemlich viel Schaden an's gekriegt Okay, Midlane in drei Zwei Ich hab keine E Okay VMware Dann ist es wasius Power, hast du ne E? Ich hab ne E, ja, aber Müssen wir jetzt gerade kurz abpower'n Da fliegt ne Ulti top, da fliegt ne Ulti top Ui Das war richtig close Dein Gesicht Boah, Alter bist du gut wenn die Ulti einfach in die Übelst scheuern Alter, jetzt schon BF ist am Start Der will dich Ja, ich glaube auch Das heißt Good job Okay Okay, zwei Shadows, nicht so angenehm Okay, hat Ulti Und ich kann sie flashen Also ich kann sie nicht direkt flashen Aber ich kann sie so flashen, dass sie Justus ist Das ist halt der Nachteil bei dieser Lotterie Bei der Lotterie Champions Select Die Leute Dass du halt auch Champions spielen kannst oder nicht kannst Die anderen voten halt Ja Lodge Alter Der andere war da glaube ich Ich glaube ich bin zu Recht geflasht Ja, ein bisschen für die Dominanz Okay Julian, ich hab Ulti also Ich noch nicht Ich noch nicht Okay, gut Ich kann auch erstmal back Hast du TP? Hm Muss ich halt aufpassen Thunderlords Ich will Botlane ulten, aber wenn ich verfehle wäre halt schade Ja, das wäre halt aber schon geil wenn du treffen würdest Stimmt Alter, ihr pusht der übelst deep Ja So easy auf der Botlane Guck dir die mal an Oh mein Gott, Alter Alter, die Edge Ultimates fliegen halt leider zu langsam Ja, guck mal Die ist genauso langsam wie das In die Ult Äh, in die Base In die Base Ult Na, na ach Wird zu leid dafür Hm, ich hätte mal fehlt Leute, geht nicht weg Oh mein Gott, Alter Nice Das war stark Ich hab Ulti ran und der wäre eigentlich fast down dann Ja, ich hab auch Ult Ich hab auch Ulti Okay, 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 okay Auf den, auf den Seiten Oh, ich hab... Dachte ja... Leul, er hat sich instant Faxi war schärfer geholt Da kommt Ult hoch Ah Pfff Mh, Paul Das war kritisch Oh mein Gott, die Lastes Ich brauche Attack Speed Oh, damn Ach ja, die bekommen ja jetzt AD dadurch, dass sie uns töten, ne? Ja, ja Stimmt, scheiße Wenn die uns mit der, äh, Ulti töten Ja, das ist doch kein Auftrag Ja, wir tauchen, glaub ich Ja, wir tauchen, glaub ich Ey, das ist traurig, dass wir jetzt AB erschützt den Tower machen Ja, wir machen... Ah, wir wollen schauen, oder nicht? Ja Ah, wir wollen schauen 29, oder? Ja, wir wollen schauen 29, oder? 30, easy Loll, ich hab 29 Nice Okay, stark Loll Loll Niemals gedacht, dass das so... Oh, Loll, nein Oh, Loll, guck mal, bei uns ist hier ein Poro Wo? Oh mein Gott Es wird generell, äh, ein richtig teurer Winter, so was Pacers angeht Ja, übel, der teure Winter Stimmt, die neuen Winter Skins Ja, der Braum Skin, der Braut Skin Mhm, good luck Ja, das sind eigentlich auch so Ja, das sind eigentlich auch so Warum, was kommt noch? Hä, naja, der Twitch Skin, der holt er sich wahrscheinlich nicht Dann holt er sich wahrscheinlich den Zivir Skin Ja, stimmt Also, ich würd... Ja, also... Wär er nice, wenn er sich das holen würde Er spielt, glaub ich, schon die ganze Zeit Zivir so In so nem übelsten... Skin, der nicht so geil aussieht Der nicht so schön aussieht Mhm Ja, wir hoffen auch bald, dass die Wintermap kommt, ne? Ja, die Wintermap wär richtig nass Das ist ja gar nicht so Boah Ah, das ist doch jetzt nicht wahr Können, wenn die den Shadowcom treffen, bin ich halt so vertont Nein, nein Hahaha Er hat... Damit sieht man... Ja, das spielt so gut wie die Äh, Set Der hat gerade einfach einen Auto-Attack benutzt, um mich zu töten Obwohl die Ulti noch nicht geplatzt ist Und mich hätte... getötet Also, sie hätte mich... Oh! Ich bin auf dem Towerbeifen Ja, das hast du Auf dem Bad Main Ja, Main, ne? Oh! Nevermind! Oh! Oh, no way! Ulti, Jungs! Habt ihr Ulti? Ja, da kommt er hoch All for one Ah nein, nicht jetzt Jonas Ach ja Ich hab gehört, wir holen... ähm... Uns... alle... Ich hab keine Ehren und so zum Fuss Einen Eistee Eistee... Oh leil, nein Ich glaub der ist jetzt richtig aggressiv Ja, ich glaub auch... aber die haben ja beide Ulti-Outfits Ja, die können das nicht Und Ignite haben sie glaub ich auch raus Okay, außer... außer das heißt, Alter Äh, wenn man im Schatten steht, ist er halt fort Ich hab halt gleich wieder meinen GB also Ah, damn Ich dachte, er geht so zum Schatten Aber... das ist halt zu bad Geh weg! Äh... Mitländer kommt sonst Out Ja? Ja! Okay Da... 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 Ohohohoho Uiie, Alter Die... ähm... Lohohohohoho Nice Ey, ist ja fast ein FFA 20, Alter Ich glaub die wollen nur hoch Gehen z... Holy Uiuiuiui Schakrose Du, ich war auch für backgillen, weil ich hab so 10 Sekunden Hast du auch die wieder? Ja Ok, ich muss ein bisschen zurück, ich hab keine Lust, ich glaube Ich hab Flash, 1-10 gekonnt In der Situation Ach, 300 Gold Paul, was tust du? Warte, 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 den Witz hat den noch gar keiner gerissen ZSS Den Drake interessierte dem Spielmod auch keinen, oder? Oh, Loi Fett mal was auf, wir können noch mal alle World spielen, dann können wir ja alle auf Level 1 Track machen Oh, yo Ich hab grad 2 Ulze abgekriegt Aber hab immer noch 4 ZB Hey, oh mein Gott, Alter, Soraka 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 haben wir schon mal gemacht, da haben wir gegen Darius gespielt, das war nicht schön Generell Sorakas Ja, die alte, die alte Soraka Die ist richtig, richtig Lol Er hat einfach einen Pick von 3500 Ja, kein Wunder Ok, gut Ja, das hat man aber auch gesehen Wollen wir mal Mitte? Scheiße, ja, wir müssen Oh, Alter, das Der kriegt ne Ulti ins Gesicht Oh 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 Oh, Alter, was ist das? Ahhhh Ey, du bist aber eigentlich schon horny Mach deine E, Alter, schütte rein Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Oh Alles meine E Amt auch true Töte Deem Ohio Ohch Hamm Aber, oh, damn! Ah, ich hab jetzt mehr Attack-Speed, also das geht ganz fit. Mit 1,2 Attack, die Sekunde. Soll ich mir Hextech-Proto-Feld holen? Oh, ich mein, gegen Battlefield ein bisschen greedy, ne? Oh. Ja, greedy. Einmal Zash. Oh, ich bin greedy. Ich glaube, Jungs! Porto-Belt, Jungs. Ich habe so überlegt, äh... Oha, Alter. Das war das Play des Todes. Gönnt euch die Kekse. Gönnt euch die Kekse. Hier, das Z. Fokus, Z. Okay, hier hoch, mach mal. Welchen? Z einfach. Ja, Z-Fokus. Achso, den Z. Ja, Z-Z. Achso, ne. Ne, hier, Z. Z-Fokus. Oh, ich wollte mit. Boah, hast du Ult? Ich hab Ult. Den bloß gerade. Oh, nein! Halt's ab! Alle werden verfehlen. Paul, Ult. Oh mein Gott. What? What? Alter, bist du schlecht. Oh! Alter, Berg, Alter. Das war sick. Das war sick. Das war ein geiler, geiler Ult. Danke. Das war ein geiler Ult, Alter. Geiler Ult. Jung. Jung. Jungchen. Oh, da kommt der nächste Ulti. Und? Er überlebt. Oh, da wollte er ein bisschen faker sein. Jungs, Drake. Können sie beide ein bisschen faker sein. Jungs, wenn ihr alle eure W habt, sagt mal Bescheid, ja. Ja, habt meine W. Okay, ich auch. 3, 2, 1. Alle auf die Z! Okay, er hat mich angeblänt. Ja! Oh mein Gott. Oh, Aero fliegt. Alter, das ist aber auch. Der Junge kann aber auch treffen. Ja. Auch mit Hyping trifft er. Ja. Der Junge ist tatsächlich das Ding Türke. Was? Jaxi, steht da noch drinne, steht da noch drinne. Weiß. The Green Hawk. Loll. Stark, stark. Me, Hawk. Ich hab Ulti. Oh no. Alter, kann man hier gucken. Das ist doch so geil. Merk, Auto-Tag. Irgendwas. Oh. Oh leu. Oh leu. Jungs, erst 10 Sekunden, dann hab ich wieder Ulti. Please. Nein! Nein! Äh, Danger. Danger, da kommt Danger. So, wollen wir jetzt mal Trake machen? Die beiden Freemates haben sich als erstes Finkacromsebel geholt. Ja, okay, lass Trake machen. Trake. Äh, ein schöner Wasser-Drill. Dohle, ich steht 934. Ist boosted. Alle Jahre wieder. Um das Christuskind. Ja. Na, steht back positiv. Ne, Spaß. Oh nein. Alle Krabbe. Krabbe! Also, das geht jetzt ums ganze Game, wenn wir die Krabbe nicht haben, ne? Ja. Nice. Oh shit! Okay, jetzt hier alle um die Krabbe, alle um die Krabbe. Alle um die Krabbe. Und wir werden gleich tanzen. Bist du bereit? Ja. Okay. Jawoll, boi, jawoll. Das ist auch der Falsche. Oh. Oh, hier auch noch einer. Komm, mach. Wo ist das nochmal? Loi! Trip! Hm, als ob der gerade nicht gestoppt ist. Loil. 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 Boi, bearerin. Loil. Wo er wieder infrastrukturiert wird? Ach so hier lablastig. Toplane. Jop. Auf geht's, Toplane. Los, inner Dreiecksformation Im'm on on my way. Ich hab immer noch kein E Gleichformation Go for Crux Oh shit, oh shit Ich weiß nicht ob wir die Crux kriegen Ist doch sehr sehr kritisch Und Hei 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 Alle für Berg Los, let's go Yes, fein zusammen Ultimate Ne, noch nicht Oh, oh mein Gott Game closer Ja Nein Wollt's doch noch mehr? Das geht hier ab. Merk, aber sie sind mir gott und ungesetzt hier. Oh mein Geh. Gönnung. Stocker Flash. Stocker Flash, Bro. Stocker Flash. Stock Flash. Das Ding ist, wenn noch ein Shadow Cop kommt, könnte er mich machen. Aber so wird's natürlich nicht. Vielleicht kannst du doch irgendwas machen. Ach, nice, dass du jetzt ultest. Nice, das ist ja toll. Stocker Flash. Ich hab die anderen nicht gesehen, es tut mir leid. Oh, du Knobo. Ach, halt's ab. Every day, yes. Deal, ultet. Aber gut. Ähm. Zweiter Advent. Zweiter Advent. Advent. Zweiter Advent. Ich brauch noch 100 Gold. Jo, ja, ich brauch noch 100... ... Items. Kapper. Ähm. Jo, erstmal profilaktisch, auf das halte ich glaube ich muss mir ähnlich. Oh, er überlebt einfach. Oh. Oh, ne. Der heilt sich. Der heilt sich too much. Danke. LOL. Äh. Die Dings-Ult hat jetzt ne Grenze. Ihr müsst... Die Ash-Ult hat ne Grenze. Ihr müsst mal in der Base stehen, dann habt ihr hier... ... bei deren Base ne End. Also ne Grenze. Das heißt, du kannst nicht weiter als diesen Punkt schießen. Ja, Julian. Ist schon belastend. Oh, lass dich treffen. Ja. Hahaha. Hahaha. Oh my god, ey. Hahaha. Das war aber so richtig geil. Okay Jungs, alle verheirern wie es auf dem Minimap aussieht. Hahaha. So funny. Jawohl Jungs, kommt. Ulde, drop da. Oh, ich höre den Scherz. Habt ihr aber im Coolerbett gekauft. Nein. Oh, jo Jungs. Habt ihr alle eure E? Ich hab meine E, ja. 6 Sekunden, 5. Alle zum Baron, dann. Alle zum Drake? Nein, alle zum Drake, okay. Hier hinstellen? Ja, hab. Hier hinstellen, so. Ja. Okay. Drei. Zwei. Eins. Hahaha. Ui. Nice. Oh lol. Oh lol Digga, wo ist der hin? Jungs, ihr habt doch jetzt bestimmt nochmal eure Ehe. Oh. Genug. Oh, hier die Jungs hier zu sitzen. Oh. Da ist ja noch einer. Ohjo. So, ich hab Lifesteal Jungs. Ich hab Lifesteal, jetzt geht's voran. Oh, schon wieder. Ja. Als ob ich siebenmal gestorben bin. Haha. Fuck you. Oh mein Gott, ist er... Oh, warte. Lack. Oh mein Gott. Er schießt ihn halt nach hinten. Ey, das musst du... Machst uns bitte in Slow-Mo. Das will ich noch fassen. Ja, ich bitte auch. Nein, ihr könnt das Video anhalten. Also, Dorf ist halt real. Die Animation sah halt real. So aus, als würdest du einfach so den Bogen nach hinten machen. Machst du aber best of December. Nein, mach ich auch nicht. Best of Ash, oder so ein 6 Sekunden Video. Oh, Alter. Alter, der alter Junge. Alter. Alter. Der hat Aimboards an, Alter. Der hat immer noch muss natürlich die Aimboards an. Alter. Der hat alle Aimboards an, Alter. Wieder gar nicht. Ist das grad von Berg? Ja. Ja, das war ich. Er hat's grad setzen, ich glaub. Nee. Oh nein, er hat's auf der Außen. Nein, du. Nein! Ah, ich hab Lifesteal und mach gleich erst mal ein Double. Ist Bescheid. Stark macht hier... Junge, der ruf den Main raus. Also, ich bin aber grad bei... Gleichzeitig am Team. Ich glaub schon. Hat die Protobelt played? Alter, ich hab gleich zwei Sekunden für so ne Ulti. Wir hatten da gleich auch noch Ulti. Ich hab 212. Wir hatten gleich seine Ulti nochmal. Ich hab 68 Sekunden. Okay, dann ist es zu Berg. Berg, Ulti, den ist direkt da eben zugebrochen. Wenn den gleich pokes mit der B, dann... Dann machen wir den wieder übelst bitte rein. Ja, kannst machen, Berg. Warten 3, 2. Oh. So ripped. Ja, du. Ich starbe. Nice, okay. Nice. Alter, das war grad ähm... Nicer Teamfight. Woll ich sagen. Jetzt. Yo, starker Flash. Fuck you. True. Ey, es war übelst... Das war ein übelster... ...puremove grad von ihm. Muss ich jetzt mal leider so sagen. Gott. Sorry. Sorry, wenn das jetzt nicht so, aber... Ich meine, er hat geflasht, ignited glaub ich. Oder nur gegenseitig. Ich bin der Besten da runter. 12-6-12. Eigentlich ist der Random am besten, weil der macht einfach die Ultis des Todes. Ja, nicht nur. Hä, der hat doch die Lane gegen den Zett gewonnen. Ohne Ulti-Mate, wo Zett... Ulti-Mate hat er das halt. Hätte ich ganz gern gesehen, das Play. Hätte man gesehen, dass noch die Ulti geplatzt ist und er hat halt schon vorher... ...die Ulti auf die Botline geschossen. Und da hat er einfach auch getroffen, Mann. Ja. Wahrscheinlich spielen wir einfach mit nem Scripter-Feier-Nin die ganze Zeit voll. Jungs, hier. LOL, es hat was... Oh, nein. Hier, Jungs. Oh, Cancer. Halt getroffen? Nee. Oh, nein, Alter. Oh, nein, Alter. Hey, Paul. Never lucky. Never lucky. Als ob er so wiffen gelackt. Ich hab ihn getötet. Ich dachte, er ist ein Assist, aber... ...zu'n halben? Schade. Go for Krabbe. Um die Krabbe dance. Um die Krabbe dance. Was will passieren? Loll... Ich hab er getroffen. Gedanced. Gedanced. Oh, du hast ihn da getroffen. Ja... Schaffe. Ok, Jungs, ich mein's dir gut, das ist Bruce. ENGAGE! Komm mal hier, von der Seite. Schlag, Schlag, Schlag. Ich hab Ult. Wo, 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 wo ist er? Mach einfach, mach ich für. Hm, ich töte ihn nicht. Ach, ich sehe. Wo am Mittag ist viel mehr Party. Oder auch nicht. Fuller belt. Oh, lol. Wow. Ah, ja, ich bin down. Ok. Ja, die haben sich eigentlich schon so. Irgendeiner hat bestimmt heftig nicht. Wer ist denn am meisten gefeedert? Wir müssen mal bei Garatrax gucken. Oder bei Danger Room, wie der Video heißt. Das wird sich einfach gekänt. Ok, vor mir geht es. WTF? Bitter. Stop it. Ich habe das nur noch mal eingeschickt. Top lane? Ich geh schon dran. Ich geh schon dran. Ah ja, das Wotja hat mich ja nach Fantasia angefragt, so wie man das alles reaktiert. Wahrscheinlich, wie er wieder Videos macht. Was war das? Zack. Oho, gesniped. Oh, stark Jürgen, Alter. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Oh, hier, pass auf. Okay. Hier ist einer drinne. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor den Ashes. Wir haben Angst vor Frauen. Junge, boi. Ja. Set, set halt. Du willst der. Ja, aber ohne Spaß. Woher mit dein Leben? Hä, what the fuck, was geht bei ihm? Bei ihm, Alter. Wir haben irgendwas gegen unseren Top lane Tower. Der Tag ist ein bisschen mad, entschuldige mich für dieses Gameplay. Boom! Los! Ich hab Angst! Ich geh mal drachen machen. Kommst du mit, Paul? Nein. Dann nicht. Ich bin auf meinem Weg. Okay. Warte, skaliert die Ulti 100% oder weniger? Ja, 100%. Jo. Wär auch dumm, ey. Wär auch dumm, ey. Sohn. 8 Euro B. Oh, lol. Die sind einfach so RIP. Ich hab ein bisschen auf hier. Komm wohl, Stuhl. Das macht ja der Drake-Pio. Nein. Okay. Also die weh. Okay. Drei. Oh, jetzt hab ich's schon gemacht, sorry. Warte, drei, zwei, eins, jetzt hab ich. Wow, Paul. Okay. Weil da fährt. Warte, vier, drei, vier, vier, vier. Ja, da ist ja der, vier, 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 vier. Voll tief! Ja! Nein! Kannst du hier kennen das? Komm schon! Ja! Ja! Warum schieß ich immer nach oben? Jetzt gucken wir auf meine Map. Steu Trouble of Seat. Um! 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 Nein! Warte, nützt diese Quecksüberschape was für, äh, Z? Nein, das war doch genervt, Mann, Berg. Ah, ich darf nicht so nötig. Äh, let me in Ruhe. Let me in Ruhe. Warte, der ist gleich tot. Ja. Warte, der ist gleich tot. Well, Damage-Hailing-Spray. Leider, das macht ja gar keinen Sinn, dass ich auch nicht mehr dann... Ja, pure Schaden wird sich gegönnt. Nein, niemals. Ist so. Sense Reaver könnte ich mir nochmal dann geben. Bam, bam, bam. Der dreist nicht. Merkst du, ich hol dich langsam ein, so, wa? Ja, 20, 30, also... Ja, ich werd da auch die ganze Zeit gefokust. Das wär schon ganz so cool. Ja, jetzt komm mir die aus. In Berg, du bist vorhin als letzter gestorben. Scheiße, hehe. Movement speed out of combat. Oh, is him coming. Oh, is him. Alter. Alter. Oh, läuft hier. Alter. Alter. Ja, und noch eh. Und noch Noli. Oh, die nicht trifft. Nein. Paul, du machst wieder alles kaputt hier. Alter, Paul. Ach, ich eh. Ich hab gar nicht hingeguckt, wo ich eh 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 eh. Wollte. Ja, was macht der da? Hätte genauso gut noch da gehen können. Ist der Mumpitz? Oh, das kann man mit eh 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 Ich hab trotzdem ulten, ne? Ich hab den König bekommen. Nein, scheiße. 5 Sekunden auf Ult. Die Leute mit Skins wollen mich alle töten. Oh, das war richtig krass. Oder hat er gedeutscht? Ne, die Leute mit Skins, das sind die beiden Deutschen, die ich so heftig getötet habe. Und jetzt hassen sie mich besser. Ja, ok. Das ist auch besser so. Ich hab mich gar nicht aufm Chat so... Musst mal hochscrollen, richtig. Pony. Ja, das hat mir schon gereicht, wie ich angefangen habe. Oh lol, was geht bei ihm? Was geht bei den? Trifft er irgendwas? Er muss irgendwas treffen. Ich hab den Scripts an. Hat der Junge eigentlich schon mal was verfehlt? Jack. Ja. Oh lol. Ich hab ganz kurz weggeguckt. Ich hab einen mit Skin getötet. Oh nein. Wird nicht nett. Wird nicht nett. Wird nicht nett. Es ist nett. Ich will grad so gerne ulten. Oh nein. RIP. Der random turner. Oh no. Oh no. Oh no. Ja, Junge. Loi. 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 Einer ist irgendwie weggesprungen, also zurück. Ja. Jo. Laka, das ist schon wieder. Oh Gott, das ist so traurig. Da kommt der nächste. Loi. Pass auf, da kommt der nächste. Also. Ne. Ne, er zappiert nicht. Oh lol. Oh my god. Ja, das war's mit. Bitter gameplays. Zum Zeitlay-Tripp. Ja. Ich hab eigentlich nie verhalten. Ich seh. Ich krummst. Ich geh, jetzt komm. Ich geh, jetzt komm. Easy booms, Junge, easy bum. Das war wieder gameplays am zweiten Advent und Rote Rainer. Oh Gott. Ah Gott. Ach was du dich kippst, Junge. Ja. Ich bin dran. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.